Was ist das? Ach du meine Güte! Das ist definitiv irgendeine Art Artefakt der Glockenmann-Bestie. In diesem Wald haben schon seit längerer Zeit keine Menschen mehr. Doch wenn ich das hier so sehe, vermute ich, das muss hier Glockenmann-Bestie gewesen sein. Was war das? Was war das? Was war das? Ich hab was gehört. Das war bestimmt der Glockenmann-Bestie. Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Feuer! Feuer! Wow! Wow! Ja, so eine Scheiße, so eine Scheiße hier, dieser müssige Kack hier. Ich hasse die Dokumente jetzt schon. Es ist einfach, ich höre es jetzt schon, schwieriges Talon. Ja, als ich denn gestürzt bin, merke ich schon, dass es hier mit einem etwas anderen Monster zuerst geht. Da ist mir etwas rar bekannt. Ich lasse es einfach nicht, was ich da hin. Wow, 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 oh, jammer mehr! Komm her! Ich habe ihn gesiegt! Ich habe ihn gesiegt! Ich habe ihn gesiegt, ich habe ihn gesiegt! Ich habe ihn gesiegt! Ich habe den Bestien, ich habe ihn gesiegt, ich habe ihn gesiegt! Warte mal, ich fahre mal, was jetzt ist das? Scheiße, blöde! Ich sehe ihn, ich sehe den da, ich sehe die Dachung an das hier. Da seht ihr ihn, wenn man den guckt sieht man ihn dort hinten stehen. Dort ist er, da sieht man ihn. Ich habe ihn getauschen! Ich habe ihn getauschen! Ich habe ihn, die Dachung an das hier getroffen da. Ich bin jetzt verwundet, geflüchtet. Ja, ich habe überlegt, dass ich morgen wieder komme. Und dann fände ich gleich auf den Weg nach Hause. Überlebe ich mir noch meinen Plan für die Falle. Und da kommt es morgen wieder. Ich habe mir über Nacht einen ausgefeilten Plan für eine Falle überlegt. Na ja, ist schon ziemlich aufwendig, aber es sollte klappen, ihn dort anzulocken. Wenn er einmal drin ist, kommt er nicht wieder raus. Ja, ich habe ihn geflüchtet. das klein holz dafür werden keine anderen Das ist ein kleines Äste, ein kleines Saumel. Ich bin jetzt nass. Ich soll da halten. Und dann, wenn er wieder rausgeht, kommt er hier hin. Das fällt auf ihn auf, aber häufig, zack, patsch, man ist hier gefangen und, wenn nötig, verpasst ich ihn an die Gugel. Ich hab was gehört. Ich geh mal nach. Ich bin jetzt schon etwas länger auf der Jagd nach ihm. So einfach ist es doch nicht. Wow, 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 wow. Die Falle hat ausgelöst. Die Falle hat ausgelöst. Die Falle hat ausgelöst. Die Falle ist kaputt. Die Falle ist kaputt. Aber wo ist die Bestie? Wo ist die Bestie? Aber hier ist nichts. Wow, 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 wow. Gott ist immer der Bestie. Da hab ich ihn gesehen. Wow, 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 wow. Da ist er, da ist er. Da ist er slag. Bis zum nächsten Mal.